ZF schafft heute schon Innovationen für den Verkehr von morgen. Ein erklärtes Ziel ist dabei, die Effizienz im Transport- und Logistikgewerbe zu steigern, ohne die Fernfahrer und Umwelt weiter zu belasten. Da war dann die Überlegung, einen Rangier-Assistenten für einen LKW zu machen. Ein intelligentes System soll die Herausforderung des Einparkens gerade mit einem Lang-LKW vereinfachen. Spezialisten der ZF Friedrichshafen AG, ZF Lenksysteme GmbH und OpenMatics entwickelten gemeinsam Ideen, wie das Rangieren von morgen aussehen könnte. Ein Tablet wäre optimal. Man kann aus dem Führerhaus aussteigen, kann sich dahin stellen, wo man wirklich was sehen muss und kann dann mit einer Fahrerassistenzfunktion, die über das Tablet gesteuert wird, sehr schön das Gespann lenken. Wir fahren rein über den elektrischen Motor, also emissionslos, das heißt auch geräusch- und abgasfrei und können damit das Fahrzeug auch sehr, sehr feinfühlig positionieren. Rund ein Jahr intensive Projektarbeit. Unzählige schlaflose Nächte, ein gemeinsames Ziel. Endlich ist der Innovation Truck fertig. Nun zeigt sich, ob das Projekt ein Erfolg war. Er verhält sich genauso, wie wir es uns gewünscht haben. Das Team hat tolle Arbeit geleistet. Ich bin richtig begeistert von dem Fahrzeug, also er fährt. Mit dem Innovation Truck setzt ZF den Grundstein, um den Fernfahreralltag und Logistikabläufe auf Betriebshöfen zu revolutionieren. Ein entscheidender Schritt in die Zukunft der Logistik.